. . Ein ganzes Jahr, ich musste da hinten ausharren, ohne frische Luft, begann zu austrocknen. Aber jetzt muss ich mich gut einsingen, damit ich am 3. Dezember frisch bin für das neue Weihnachtsprogramm vom Oltocantar-Bilet. . 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR